Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Ja, der ein oder andere sieht es eventuell, wir sind nicht an der Position, an der wir uns ausgelockt haben. Ich habe nämlich offscreen ein wenig, ja ein bisschen was habe ich offscreen erledigt. Einfach, dass wir hier im Let's Play keine Zeit verlieren, das werde ich jetzt innerhalb von einer Minute schnellstens erklären. Wir haben ja in Zuldrak ausgelockt bei der Arena, alles schön und gut, alles super. Dann bin ich hier rüber geflogen ins Scholler Saarbecken, beziehungsweise Richtung Scholler Saarbecken. Habe zwischendurch hier in Dalaran eine kleine Special-Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen schon online ist, weil ich habe keine Ahnung, wann diese Folge online kommt. Ich habe da gerade absolut keinen Überblick. Eine kleine 20-minütige Folge, wo ich Dalaran so ein bisschen gezeigt habe, dass wir das auch mal sehen, weil Dalaran ist die Hauptstadt von Nordend und wir sind inzwischen, also wir sind bald in Nordend fertig und haben die Stadt noch nicht gesehen. Deswegen ein kleines Special-Video, das wird entweder heute, morgen, gestern, irgendwann online kommen, beziehungsweise gekommen sein. Da bin ich so ein bisschen durch die Gegend geflogen, hauptsächlich in der Drachenöde. Habe endlich Bergbau auf 391 gebracht. Mit den 10% von der Spitzhacke kommen wir auf über 400, dass wir endlich auch Saronit-Erz abbauen können. Da haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Das tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht für die paar Minuten abstellen. Ich bin ungefähr eine Stunde rumgeflogen und habe halt überall Erze gefarmt etc. pp. Ja, dementsprechend durch das Rumfliegen hatte ich auch sehr, sehr viel Zeug. Ich glaube, wir hatten hier den ersten Rucksack komplett voll. Das ist von der Post, das ist egal. Also hier, das sind 12, 14 Slots mit Kreuzern und Erzen, Kobalterzen. Habe ich alles ins Auktionshaus gestellt. Ihr seht das hier schon, Kobalterz, Kobalterz, blablabla. Ähm, da wird es wahrscheinlich um die 700 Gold reinkommen. Das heißt, unsere 4000 Gold auf Stufe 80 sind sicher. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das Zeug ankommt. Das dürfte jetzt in der nächsten, eventuell in dieser Folge schon ankommen, dass hier quasi dieses Postzeichen erscheint und wir uns das dann abholen. Ja, und da gewünscht worden ist, dass wir wirklich ins Scholasarbecken gehen, bin ich jetzt schon mal hierher geflogen, dass wir da keine Ewigkeiten verlieren. Und wir werden jetzt mal zu Nessingvary's Basislager fliegen. Das ist, soweit ich mich erinnern kann, der erste Allianzstützpunkt, wo wir eben Quests annehmen können im Scholasarbecken. Das Scholasarbecken, wie gesagt, ist so ein Dschungelgebiet. Das sieht man hier auch mit großen, großen Hügeln hier, beziehungsweise Bergen. Und auch wirklich wunderschön gestalteten Palmen. Also, wer schon mal Palmen gesehen hat, irgendwo im Urlaub, das ist wirklich sehr schön nachempfunden. Auch hier oben mit dem Abschluss, wo die Palmenwedel rauskommen. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Dschungelgebiet. Was haben wir hier hinten? Da haben wir nochmal Goldklee, alles klar, das nehmen wir natürlich mit. Und ja, Scholasarbecken habe ich kein Problem mit. Das ist ein dunkleres Gebiet als die Sturmgipfel, also das Schneegebiet, wo wir ja nicht hingehen sollten. Laut eurem Wunsch, was ich auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung finde. Ist für mich super, weil die Folgen werden dadurch kleiner, weil die dunklen Folgen, die sind in der Dateigröße immer ein bisschen kleiner als die hellen Folgen. Das heißt, wenn wir im Schneegebiet wären, wäre das alles ein bisschen größer geworden. Das heißt, ich kann das Zeug auch deutlich schneller hochladen, also alles prima. Von dem her bin ich absolut zufrieden, dass ihr gesagt habt, ja, gehen wir doch hier hin. Ich wollte das eigentlich ausfallen lassen, aber im Prinzip ist es ja eh egal, weil wir leveln so schnell, das ist der Wahnsinn. Die Bar, missgeschickter Venture Co. Seitdem wir hier sind, hat uns die Venture Company beim Versuch gestört, unsere Lagerstätte zu sichern und die Gegend auszukundschaften. Normalerweise wäre es uns egal, was sie machen, doch sie haben damit begonnen, sich unsere Speer zum Feind zu machen und unsere Versorgungsflieger vom Himmel zu holen. Wir können diese Beleidigung nicht weiter zulassen. Hammett Nessingwurys Expedition ist hierher gekommen, um zu jagen und jagen wird sie auch. Geht zu Schwindelgrins Grabungsstätte auf der anderen Seite der Kristallsäule gegen Nordosten und tötet jeden Angestellten der Venture Company, der euch über den Weg läuft. Alles klar. Da hinten haben wir keine Quest. Oh, da hat er in die Tiefe Stimme. Ich hätte eher gedacht, dass dieser... Hallo, wie geht es euch? Also dieser Art von Typ ist... Haben wir hier so einen hier? Nee, nicht wirklich. Okay. Er könnte überall sein. Als ich herausfand, dass Fräulein Bouloir... Oder ich kann kein Französisch übrigens nur so. Ich lese das jetzt einfach Bourlon. Ich habe keine Ahnung. Dass Fräulein Bouloir Lessingwurry bei seiner Expedition half, habe ich mich sofort als Deckmadrose gemeldet. Ihr müsst wissen, dass ich sie schon seit Monaten heiraten wollte. Ich hatte alles geplant. In derselben Nacht, als wir Schiffbruch erlitten, wollte ich um ihre Hand anhalten. Doch nun ist der Ring verschwunden. Ich habe überall nach ihm gesucht. Es mag sie vielleicht verrückt anhören, doch ich weiß, dass sich der Verlobungsring im Scholar Saarbecken befindet. Wenn niemand von der Venture Company ihn gestohlen hat, vielleicht hat ihn dann irgendeine wilde Kreatur gefressen. Doch er ist dort. Irgendwo. Ich weiß es einfach. Wir sollen in dem ganzen Gebiet hier einen Ring finden. Alter, hast du noch alle Hosen an? Was ist denn los? Beziehungsweise alle Tassen im Schrank. Hosen an wäre ja was ganz anderes. Ich labere hier schon wieder. Mist, Wahnsinn. So, was haben wir hier? Veslex Schnellzangen. Hi, wir brauchen den Motor. Hol den Motor. Sie ist ruiniert, ruiniert. Ich habe der Kapitänin noch gesagt, sie soll mit solch wertvoller Fracht vorsichtig umgehen. Aber hört sie schon auf mich? Nein. Als das Schiff auf Grund lief, ging meine Flugmaschine kaputt. Die Geist von Gnomerigan. Nun haben wir keine Möglichkeit mehr, Bericht zu erstatten. Allerdings könnte es sein, dass die lächerliche Venture Company durch den Abschuss einer weiteren Flugmaschine etwas zu unseren Gunsten getan hat. Sie haben sie dort abgeschossen, wo Monty in die östlichen Sümpfe abgesprungen ist. Sucht die Stelle und bergt den Motor. Er ist vielleicht unsere letzte Hoffnung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Alles klar, das wünsche ich dir auch. Ei, geht das auf die Stimme. Ich habe ja schon... Also das ist ja noch die gleiche Aufnahmesession wie die letzten Folgen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich eventuell krank werde. Oh, das ist in einem schönen, klein abgesteckten Gebiet. Okay. Mitglieder der Venture Co. Motor einer Flugmaschine. Dann fliegen wir da vielleicht mal hin. Ähm, ja, darum habe ich mich auch noch nicht gekümmert. Wir können ja hier immer noch einen Punkt vergeben. Das ist halt immer das Problem, wenn man mehrere Folgen am Tag aufnimmt, dass man das nicht so mitbekommt. Ähm, ja, machen wir mal I kaputt. Was haben wir da? Saronit vollkommen. Okay, das erste, was wir live im Let's Play abbauen werden. Ich habe vorher natürlich versucht, ob wir schon eins abbauen können. Es ging natürlich. Aber jetzt einmal live auf Video. Wunderschönes Saronit. Drei Stück haben wir schon. Gab früher extrem viel Gold. Also das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja, ich habe halt allgemein die Rucksäcke auch ein bisschen leer gemacht. Wir hatten ja hier Sachen, die wir entzaubern konnten. Die habe ich jetzt alle meinem großen Krieger geschickt, der ja Verzauberkunst geskillt hat. Und ja, dementsprechend hat er das entzaubert und das Zeug wieder Merrily geschickt. So, mal gucken. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal Richtung... Richtung, äh, Motor. Wo soll der sein? Hier vorne. Okay, mal gucken. Und dann hier quasi im nördlichen Bereich noch die ganzen Mitarbeiter der Venture Company. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist der Motor. Sehr schön. Und so ein Motor. Also Leute, die halt... Ja, ich sag mal, wenn ihr schon Führerschein oder so habt, solltet ihr eigentlich wissen, dass ein Motor einige hundert Kilo wiegt. Und ja, unsere kleine Merrily, die nimmt das jetzt einfach so mit in der Tasche. Oh, meine Katze will raus. Ganz kleinen Augenblick, bitte. So, alles klar. Das ist, äh... Ihr wisst das ja. Immer wenn ich aufnehme, mache ich hier die Tür zu und dementsprechend kommt die kleine Maus hier nicht raus. Also die kleine Katze natürlich, nicht die kleine Maus, aber kleine Maus ist... Ja, sie ist auf jeden Fall eine kleine Maus. Sie ist auf jeden Fall eine kleine Maus. So, mal gucken. 15 von denen müssen wir jetzt umbringen, gell? Das sollte eigentlich ziemlich flott gehen. Eventuell droppt ja hier auch der Verlobungsring, wird zumindest hier in dem... Tooltip angezeigt. In einem Tooltip. Also sie kann scheinbar von jeder Kreatur hier im Scholar-Sarbecken gedroppt werden, so wie sich das angehört hat. Außerdem hat er ja auch erwähnt, dass eventuell einer, ein Mitarbeiter der Venture Company, ähm, ja, das geklaut haben könnte, dementsprechend. Schauen wir mal, wenn wir Glück haben, droppt das hier. Was haben wir da? Ingenieurin Hellis. Hellis, okay. Mal gucken, was die, was die von uns möchte. Ich glaube, das war so eine Escort-Quest. Das heißt, sie ist so eine Escort-Dame und begleitet uns so zu einem Abendessen und so weiter und so fort. Ihr wisst schon Bescheid. Ein Desaster konstruieren. Diese idiotischen Goblins und ihre Anhänger haben beschlossen, dass diese Säule und ihre Kristalle nun ihnen gehören. Ich kam hierher, um die Kristalle zu untersuchen und Proben zu sammeln. Aber sie haben mich überwältigt und wollten mich nicht zum Lager zurückkehren lassen. Wenn ihr mir helft, hier auszubrechen, können wir diesen Schläger in eine Lektion... Okay, und jetzt nehmen wir sie an, bevor der andere sie annimmt. So. Naja, wir haben es ja fast fertig durchgelesen. Was haben wir hier? Saronit. Oh, sau viel Saronit. Das hätte ich vielleicht erstmal einsammeln sollen. Zuhören. Trottel der Venture Company. Regel Nummer 1. Sperrt gefangen. Niemals in ein... Ich kann es nicht lesen. Achso, in die Nähe von... In der Nähe von Sprengstoff ein. Boom. Es wird langsam etwas heiß hier. Sollen wir weitergehen? Ja, bitteschön. Ich mag ja hier nicht verbrennen und sowas. Ah ja, da kommt schon so ein Grobi an. Hey, hast du einen Ring für uns? Mal gucken. Ne, leider kein Ring. Okay. Ach, wir haben den Ring scheinbar schon. Oder? Ne, goldener Verlobungsring. Alles klar. Da habe ich mich jetzt ein bisschen getäuscht. Oh, da ist das Saronit. Das nehmen wir mal an uns. Ich mag jetzt halt nicht allzu weit vorlaufen. Ja, dann... Machen wir das mal so. Alles klar. Wo ist sie? Oh, die läuft da hinten lang. Okay, dann... Folgen wir ihr mal ganz fix. Alles klar. Oh, und da hinten ist auch wunderschönes Saronit. Aber wie gesagt, ich mag die jetzt nicht alleine lassen, weil... Ja, die Gefahr, dass dann die Quest fehlschlägt, ist ziemlich groß. Auch wenn die Entfernung jetzt nicht so groß ist, aber... Der andere holt sich da Saronit scheinbar eh nicht. Wenn wir Glück haben, haben wir das gleich noch. Können das, nachdem wir die Quest erledigt haben, abbauen. Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich schon Skillpunkte bekommen? Ja, tatsächlich. Zwei Stück schon. Okay, sehr schön. Und bevor wir Stufe 80 werden, möchte ich halt die 450 Bergbau erreichen. Dass wir da in den Cataclysm-Gebieten ohne Probleme die Berufe weiterskillen können. Weil ansonsten hängen wir da wieder hinterher, wie jetzt in Wrath of the Lich ging. Das wäre jetzt gar nicht so geil. Also das ist schon ein bisschen nervig, wenn die Berufe ein bisschen hinterherhängen. Klüger ist es eher, die Berufe immer schön mitzuziehen. Eventuell mal kleine Level-Pausen zu machen und die Berufe zu skillen, dass die halt auf einem annehmbaren Level sind. So. Ja, wir haben sie gerettet, tatsächlich. Dann holen wir uns jetzt erstmal das Zaronit. Wenn es denn noch da ist. Wo war es denn? Da vorne war es. Sehr schön. Nehmen wir mal mit. Wer ist das? Del Mindo. Oh, Entschuldigung. Das ist ich. Also ich wollte es dir schon klauen, aber... Wir lecken ihn mal. So, alles klar. Jetzt ist wieder alles gut. Mit Lecken kann man alles wieder gut machen. Das ist so... So eine Lebensweisheit von Sinan. Könnt ihr euch ja merken. Und euren Kindern später mitteilen. So, alles klar. Jetzt wäre es aber cool, wenn wir mal langsam den Ring finden könnten. So, 15 von 15. Bitte ein Ring, kein Ring. Scheiße, das ist Blut. Ja, im Prinzip können wir erstmal weitermachen. Beziehungsweise die Quests abgeben und neue annehmen. Weil... Wir werden noch viele von diesen Tieren töten müssen. Also quasi als eigenständige Quests. Und da würde es sich dann doch lohnen, wenn wir da die Quests schon hätten. Was haben wir hier? Schlangenzunge. Alles klar. So, alles klar. Und ja, wie gesagt, den Ring, den können wir dann... Ist das Saronit? Den Ring, den können wir dann... Nee. Tja, haben wir was. Äh, den Ring können wir ja dann quasi farmen, während wir die anderen Viecher töten. Wo wir jetzt gleich eine Quest dafür bekommen werden. Das sollte ihre Operationen ins Stock hinbringen. Doch ich mache mir darüber Sorgen, dass der Vorarbeiter versuchen wird, mehr Arbeiter herbeizuschaffen. Wir müssen die Sache zu Ende bringen, solange wir noch können. Wischt ihm das Grinsen vom Gesicht. Großknecht, Schwindelgrins muss seine Koffer packen, wenn wir seine Mine endgültig schließen wollen. Aber seid auf der Hut. Sein Leibwächter Fleischklopf ist... Klops... ...ist ein großer, fieser Ogre und wird euch nicht kampflos zum Großknecht lassen. Die beiden halten sich vermutlich auf einer Plattform auf, von der aus sie Überblick über die gesamte Operation der Venture Company in Schwindelgrins Grabungsstätte haben. Denkt daran, die Grabungsstätte ist auf der anderen Seite der Sonnenstrahlsäule im Nordosten. Viel Glück, Merrily. Ja, da waren wir doch schon, du kleine... du... Dödelhans. Danke, dass ihr Helle ist, befreit und ihr zu einer sicheren Rückkehr verholfen habt. Wir waren alle bereits voller Sorge, als sie dicht von ihrer Suche nach Kristallen zurückkehrte. Ja, sehr schön. Der gibt uns keine Folgequests mehr. Mal gucken, ob es hier vorne eine gibt. Nun, konntet ihr den Motor bergen? Ich weiß nur, dass die Erzmagie, der diese Expedition finanziert, langsam nervös wird. Ja, bitteschön, ein Motor für dich. Da, setzt ihn einfach da ab. Vorsichtig. Wenn ihr den auch noch ruiniert, stecken wir in großen Schwierigkeiten. Nun, lasst mal sehen, was ich tun kann. Hast du einen Teil? Dann gib einen Teil. Großartig. Nun, da wir einen Motor haben, benötigen wir eine Auswahl an anderen Teilen, um die Maschine wieder flugtauglich zu machen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Ein guter Mechaniker kann mit allem seinen Werke zusammenhalten, aber hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Hey, Gamo, grüß dich. Jedenfalls haben diese Dummköpfe der Wedger Company einen ganzen Haufen an Ersatzteilen für ihre Minenausrüstung überall in Schwindelgrenz-Grabungsstädte herumliegen. Auf der anderen Seite dieser gelben Kristallsäule im Nordosten. Sammelt ein paar auf und bringt sie hierher zurück. Alles klar. Das geht ja auf die Stimme, Freunde. Wahnsinn. So ein bisschen als Ausgleich mal wieder ein bisschen tiefer reden. Ei, 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 ei. Also hier mit der kaputten Stimme dann nochmal so lustige Stimmen nachmachen. Das ist nicht so eine geile Idee eigentlich, aber ja, da seht ihr mal, was ich alles für euch mache. So, hier sollen irgendwo Sachen rumliegen. Genau, da haben wir sie schon. Wie viele brauchen wir? Sieben Stück, das ist kein Problem. Eventuell kriegen wir ja diesmal den Ring. Da oben sind übrigens die Bosse. Da sind die beiden unterwegs. Und ich würde auch sagen, dass wir die zuerst kaputtauen, bevor die uns wieder irgendjemand klaut. Kommst du mal her, Fleischklops, bitte. So, kommst du einmal hier hin, kommst du einmal da hin. Ach ja, der ist schon tot. Alles klar, das ging ja easy. Und wir haben den Verlobungsring. Ich bin happy. Ich bin sehr, sehr happy, auf jeden Fall. So, ihn machen wir auch noch kaputt. Wunderbar. Großknecht, Schwindel, Grins, getötet. Und hier oben haben wir sogar nochmal so Ersatzteile. 2 von 7. Das wäre halt cool, wenn wir die ohne Up-Mountain aufsammeln könnten. Das ist halt immer so das Problem mit den Gegnern hier in der Nähe. So, mal gucken, wo wir noch was haben. Das könnten wir, glaube ich, auch ohne Kampf kriegen. Nein, jetzt kommt der da. Der Ausgrieber kommt da. Okay, der hat uns nicht angegriffen. Da vorne ist eine Schlangenzunge. Wo ist die? Schlangenzunge. Da bist du. Alles klar. Haben wir noch Ersatzteile da vorne. Und ein Frost-Lutus. Sehr schön. Den können wir aber wieder hier in die Tasche packen. Nummer 5. Okay. Nummer 6 und 7. Ich glaube, die beiden kriegen wir ohne Kampf. Einmal Nummer 6. Und, naja, nehmen wir das hier hinten. Das ist ein bisschen sicherer. So, alles klar. Und ich sehe gerade, wir haben hier schon wieder gnadenlos überzogen. Machen wir mal so. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ja, 17 Minuten haben wir schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ansonsten freue ich mich natürlich über... Hoppala, jetzt habe ich hier beim Penspinning meinen Stift verloren. Ich freue mich natürlich über ganz, ganz viele Kommentare. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.